gehen jetzt erstmal dahin wie geht es dir was ich war ja ich verstehe nicht wieso aber ich fühle mich verpflichtet ihr eine kostenlose försterung zu geben nimm einfach 1 du musst für den boss rush altes ticket ein altes abglücksfindig wenn ross tödlichen schaden nehmen würde er blähte das mit einer gesundheit die finde wenn immer eine freundliche einheit schaden nimmt lege minen um sie herum super schrott man halte mehr schrott von toten feinden so 100 prozent mehr schrottmagnet superminen beinfedern dann nehmen wir würde ich sagen das hier kaufen und dann defensive minen super schrottmagnet so nehmen einfach einmal alles mit moment wir gucken jetzt mal und wir nochmal gegen die kämpfen gut dann gehen wir jetzt hier lang ich hätte das ticket kaufen müssen ich bin doof der wurm ich bin gespannt ich habe ein ungutes gefühl es ist zu ruhig das ist richtig überleben da ist am zug was auf wo du hintrittst rocki erstmal nehmen wir minen fuß unendliche bewegung gehen wir einfach mal hier hin und weil es so schön war gehen wir jetzt einfach hier nochmal hin ich weiß halt nicht kann er da die kamen hier halt im prinzip wenn nichts wo sie drauf schießen können oder wenn ich jetzt sage unendliche reichweite und unendlicher schaden was ist am zug kümmerliche sterbliche verbeugt euch vor eurem herrn der wurm bin ich übrigens das sieht nicht wie ein nukleer konvers aus es ist egal tief durchatmen unendliche bewegung und minen fuß auf jeden fall raus aus dem nebel unendliche bewegung und minen fuß das hat absolut nicht wehgetan ich meine wenn ich ehrlich bin dann brennt mir geht es gut phase 2 pass auf was haben wir hier unten noch ich erinnere mich tschüss also er steht an sich safe ich mache nur unendliche bereichweite wobei die müssten ja dann eigentlich sowieso schaden nehmen und wie ist das eigentlich wenn ich kettenschuss sage unendliche reichweite so und er minen fuß unendliche bewegung und da hin und dann und dann und mit ihm unendliche bewegung und minen fuß gehen wir einmal bis doch da hinten und dann ins die Unendliche Bewegung und Minenfuß. Rocky. So. Ich glaube, wir müssen einfach das ganze Feld hier vermienen. Und dann können wir es nochmal machen. Achso, ich weiß nicht. Unendliche Reichweite. Das? Nein, so können wir nicht. Da kommen wir nicht hin. Dann. Unendliche Bewegung und Minenfuß. Oh. Oh. Alla. so super ich muss das ding aber irgendwie treffen das auch da machen wir das wie folgt hier sitzt das ding das heißt ich kann es hier nur einmal bewegen das würde ich sagen er geht jetzt hier hinten hin dann wird er mich noch mal ordentlich fällt vermied und wir entfernen uns von den löchern dann geht er einmal hier hin er kann ja einmal angreifen und dann welche bewegung ich will ihn nochmal nein hier nichts ins gift stellen aber schon die minen sind trotzdem da ähm ok ihn minfuß lass ich ihm jetzt noch hier hingehen und wir jetzt eventuell ein bisschen hin und her laufen und ihn und endlich hier wegen minfuß lassen wir bis hier hingehen ok Zug beenden was ist sonst noch dadurch wird das feld nämlich wieder frei wir bleiben einfach mal kurz so super enden und unendliche bewegung mit minenfuß so ne ok unendliche reichweite und unendlicher schaden will den Zug beenden was ist am Zug unendliche bewegung und minenfuß und unendliche reichweite geht trotzdem mal gradlinig es durfte dass hier nichts frei ist So, noch ein paar Minen. Wir probieren es mal. Ich hoffe, es war jetzt kein Fehler. Okay, jetzt muss... So. Ah, nein, ich habe keine Ahnung, was ich hier genau tue. Ich hoffe jetzt einfach nur, dass der Wurm hier in die Richtung kommt. Ach, hier. Sehr gut. Und dann nehmen wir ihn, weil der Wurm ist auf jeden Fall auf ihn aus. Okay, super, enden. So. Super, enden. Und noch ist er ein bisschen da. Unendlich Bewegung und Minenfuß. So. Unendliche Reichweite, unendlicher Schaden. So. Und dann... Unendliche Bewegung, unendlicher Minenfuß. Machen wir da hin. Ihr zehrt an meinen Nerven, Sterbliche. Und ihr verbeugt euch immer noch nicht. Das ist richtig. Das werden wir auch nicht tun. Piu. Das war eine gute Idee, das mit dem Feld zu vermienen. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nur die aus der Schussbahn holen. Ordentliche Bewegung und Minenfuß. Zack. Und das Gleiche machen wir jetzt mit ihm. So, bis hier. Oh, oh, oh. Okay, Zug beenden. Sehr schön. Ihr würdet euren Herrn nicht wirklich töten. Stimmt's? Ihr seid nur am Spielen. Stimmt's? Start mir in die Augen. Und verrat... Verratet euch. Traut mich? Trauert mich? Ich hab's nicht lese. Ich bin zwar zu schnell. Unendliche Reichweite. Unendlicher Schaden. I'm sorry. Wieder besiegt. Ein weiterer Verlust für den Wurm. Vielleicht bin ich nicht dem Respekt wert, den ich verlange. Auf Wiedersehen. Tschüss. Hey, 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 Paps. Sind wir die frühen Vögel? Weil wir gerade den Wurm gefangen haben. Oh Gott. Das ist gut, Rocky. Ein bisschen rumalbern könnte genau das sein, was wir gerade brauchen. Ich bin da nicht so sicher.